Jetzt wollen wir uns mal sehen, was Tivo von den Kopf in die Hand hat, und zwar weiß, dass wir unser Sport-Helter gekauft haben. Einstens glaubt der Herr, dass Sie alle noch nicht mehr wollen. Das ist ein Break-In-Busir. Das klingt da nicht so gemein. Aber Sie sagten, Tivo sei intuitiv. Nein, 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 ich bin nicht schwul, okay? Ich liebe von, ich stell ihn sogar da. Ich geh sofort mit Ihnen ins Bett, wenn Sie wollen. Ähm, kein Bedacht. Hören Sie! Ich erdicke Sie in vier Stunden mit diesem ganzen Land. Ich bin schwul, also wir sind Tivo. Das ist falsch. Das ist falsch.